Im Jahr 2001 konnte man Sie erstmalig hier in Berlin bewundern. Die berühmt-berüchtigte Ausstellung Körperwelten des Plastinators Gunther von Hagens, meine Damen und Herren. Seit Februar diesen Jahres haben wir jetzt hier eine statische Ausstellung am Berliner Alexanderplatz, unten im Sockel des Fernsehturms mit der Bezeichnung Menschenmuseum. Ein Menschenmuseum also, was viele, viele Fragen aufwirft und natürlich auch mit Sicherheit wieder kontroverse Dinge erzeugt. Bei mir ist die Ehefrau des Plastinators, Dr. Angelina Wally. Schönen guten Tag Frau Angelina Wally. Das ist ja so ein bisschen Ihr Baby hier, dieses Museum. Was unterscheidet denn dieses Museum jetzt von den normalen Körperweltenausstellungen, die wir von früher kennen? Ich denke, das, was wir hier mit diesem Museum insbesondere erreichen wollen, ist eine Intensivierung des bewussten Lebens. Mehr noch als in unseren Wanderausstellungen. Dass wir nicht nur die Verletzlichkeiten, die Wunderbarkeit des Körperinneren darstellen und die Grenzen und die Möglichkeiten des Körpers zeigen, sondern eben auch zum Nachdenken anregen über das Menschsein an sich. Es hat es ja auch hier wieder im Vorfeld so einige Querelen gegeben. Es gibt ja Menschen, die mit dieser Thematik gar nicht so richtig klarkommen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie es trotzdem installiert bekommen haben. Was sagen Sie denn diesen Menschen, die mit dieser Thematik überhaupt nichts anfangen können? Nach 20 Jahren Körperweltengeschichte und nach mehr als 40 Millionen wirklich begeisterten Zuschauer, verwundert es wirklich allzu sehr, dass man hier in dieser Weltstadt Berlin Bezirksbürgermeister antrifft, die diese Ausstellung verhindern wollen und es aber noch nicht mal für notwendig erachten, sich selbst ein Bild zu machen von dem, was wir hier tatsächlich zeigen, sondern doch im Wesentlichen aus Ihren Vorstellungen heraus urteilen. Und das macht mich betroffen und ich finde das bedauerlich. Ein besonderer Umstand sorgt ja immer wieder für genau diese Kontroversen, nämlich ist es jetzt Kunst oder ist es Wissenschaft? Wenn ich mich mit Ihnen so ein bisschen befasse, wir sind eben schon gemeinsam durch die Ausstellung gegangen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Sie so den wissenschaftlichen Part vertreten. Sie haben mir das alles ganz, ganz toll erklärt. Was ist es für Sie persönlich? Ist es Kunst, ist es Wissenschaft, ist es beides? Ich denke, Kunst liegt im Auge des Betrachters und es gibt viele Menschen, die durch die Ausstellung gehen und tatsächlich sagen, das sind für sie Kunstwerke. Wir haben keinen Anspruch, hier Kunst zu zeigen und es ist auch nicht unsere Intention, Kunstwerke zu erstellen. Aber wir haben von unseren sehr frühen Ausstellungsbesuchern gelernt, dass die Ausstellungsexponate, die man vor allen Dingen Laien präsentiert, dass sie eine Eigenschaft über ihre wissenschaftliche Aussagefähigkeit hinaus haben müssen, nämlich dass sie ästhetisch anzuschauen müssen, dass sie in einer Weise dargestellt sind, dass man sich auch als Laie, der vielleicht ja auch mit Ängsten, persönlichen Ängsten und Bedenken kommt, dass man sich diesen Präparaten ohne Scheu nähern kann. Und so haben wir sehr frühzeitig angefangen, unsere Plastinate in lebendige Posen darzustellen. Nicht zuletzt geht es in dieser Ausstellung ja auch überhaupt gar nicht primär um tote Körper, sondern es geht um das Leben. Wir wollen hier den Menschen etwas für ihr Leben zeigen und ihnen etwas mit auf den Weg geben. Kommen wir vielleicht trotzdem noch mal kurz zu dem Verfahren für Unkundige, die sich also damit noch nie beschäftigt haben. Ihr Gatter hat vor 1977 so ein spezielles Verfahren entwickelt, um eben dieses Plastinieren herzustellen. Wie funktioniert das genau? Vielleicht in kurzen Worten. Im Grunde genommen ist die Plastination ein relativ einfaches Verfahren. Im Kern, das was wir tun, ist, wir entfernen das Gewebswasser und Fett und tauschen es gegen einen Kunststoff wie Silikonkrautschuk oder Epoxidats aus. Man muss wissen, dass man Wasser nicht direkt mit diesen Kunststoffen mischen kann. Deswegen braucht es einen Zwischenschritt. Die Entwässerung mit einem leichtflüchtigen Medium, wie zum Beispiel Alkohol oder besser noch Aceton. Das heißt, wir legen dieses Präparat in Aceton ein über mehrere Wochen und Monate, bis alles Wasser gegen Aceton ausgetauscht ist. Und dann legen wir dieses Aceton durchtränkte Präparat in die flüssige Kunststofflöken ein, applizieren Vakuum und im Vakuum entweicht dieses Aceton sehr leicht, tritt in Form von Blasen aus. Und das erzeugt ein Volumendefizit, ein Unterdruck im Präparat. Und das saugt den Kunststoff in jede Zelle, dort, wo gerade Aceton frei geworden ist. Da merkt man die Wissenschaftlerin, meine Damen und Herren. Ja, hier ist Wissenschaft wirklich Status quo. Frau Dr. Wolley, wer sind denn diese Menschen eigentlich? Die treten an Sie heran. Man kann sich also selber auch plastinieren lassen, wenn man möchte. Man kann eine Verfügung erwirken und sagen, okay, ich möchte nach meinem Ableben also irgendwo in Ihrem Werk ausgestellt werden. Kennen Sie diese Leute persönlich vorher manchmal? Ja, sehr oft sogar. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, genauer gesagt, schon Anfang der 1980er Jahre, ein spezielles Körperspendeprogramm ins Leben gerufen. Wir hielten das sehr frühzeitig schon für notwendig, weil diese Körper ja nicht wie in anderen anatomischen Instituten nach der Präparation bestattet werden, sondern sie sind ja dauerhaft haltbar. Und wir haben sehr frühzeitig gemerkt, das ist etwas, das müssen die Betreffenden auch aktiv entscheiden. Da müssen auch die Familienangehörigen mitgehen können und wollen. Und später haben wir natürlich auch darauf hingewirkt, dass unsere Formulare Fragen beinhaltet, wie sind sie dann mit einverstanden, dass sie in einer öffentlichen Ausstellung möglicherweise eines Tages stehen. Und mittlerweile haben sich über 15.000 Menschen in diesem Programm registriert, viele Berliner auch. Und ja, man kann bei uns im Institut für Plastination Heidelberg anfragen. Wir haben eine Broschüre herausgegeben, die genau beschreibt, was mit dem Körper passiert, warum wir das machen, wie man Körperspender wird. Man füllt dann zwei Formulare, die wir mitsenden, aus, unterschreibt diese und der Körperspender erhält dann ein Formular zurück und einen Körperspender ausweist. Man muss wissen, das ist kein Vertrag, sondern es ist eine Willenserklärung, die kann man jederzeit auch ohne Angabe von Gründen wieder zurück. Dieses Verfahren kann man sich sogar auch mal live vor Ort anschauen, wie das gemacht wird. Ungefähr 70 oder 80 Kilometer vor Berlin gibt es da auch noch quasi eine Filiale von euch, wo man sich das anschauen kann. Tatsächlich, wir haben in Gruben unsere Hauptwerkstätte heutzutage. Dort sind unsere Labors und die sind zu weiten Teilen öffentlich zugänglich. Freitags, Samstag, Sonntags jeweils. Die Öffnungszeiten sind auf unserer Webseite zu entnehmen und dort kann man wirklich unseren Mitarbeitern über die Schulter schauen und sehen, wie man dort präpariert, wie die Plastinate entstehen, wie sie in Pose gebracht werden. Und man kann eine Vielzahl von Exponaten sehen. Also wirklich einen ganz anderen Eindruck, als den man hier in diesem Museum hat, aber mit Sicherheit eine Reise wert. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin zwar nicht aus dieser Branche, aber ich habe schon jetzt in der kurzen Zeit eine ganze Menge über mich selber lernen können, meine Damen und Herren. So, und heute begrüßen wir, dass die Ausstellung sehr, sehr erfolgreich ist. Das sehen wir nämlich gleich nochmal. Denn heute begrüßen wir hier den 100.000. Besucher. Und der wird auch gleich noch richtig begrüßt, richtig? Ganz genau. Wir müssen uns jetzt auch fast ein bisschen beeilen, weil das Drehkolz, das tickt. Dann lassen Sie uns, dann lassen Sie uns gehen, Frau Dr. Wolle. Gleich dabei, den 100.000. begrüßen zu können. Super. Ich glaube, es ist sogar schon soweit, dass die Betreffenden ausgewählt wurden. Und ich werde mich mal hier dazwischen schlängeln. Nein, Sie müssen unterschreiben. Hier werden gerade noch die letzten Formalitäten. Ja, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Angelina Wolle. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung. Und Sie haben es vielleicht schon gehört von der Mitarbeiterin. Sie sind mit Ihrer Familie die hunderttausendste Besucherin hier in unserem Menschenmuseum in Berlin. Ich freue mich ganz arg, dass Sie gekommen sind und bin ganz neugierig zu hören, was Sie heute hierher bringt. Ja, also ich habe davon schon gehört im Fernsehen und so. Und ich habe verschiedene Berufe gelernt. Und ein Beruf ist MTA. Und ich komme aus dem medizinischen Bereich also. Und deswegen interessiert mich das ganz toll. Also ich möchte das gerne nochmal so sehen, wie die Menschen eben wirklich von innen so vom Körper aussehen. Und auch wie die Bewegungen und Muskeln sind. Also ich finde das total spannend. Hunderttausend Menschen haben also mit dem heutigen Tag das gleichnamige Museum besucht. Uns hat es großen Spaß gemacht, zumal gerade auch die noch Lebenden dort, die Mitarbeiter, die Kuratoren und andere Helfer, einem den Besuch so angenehm und informativ gestalten, wie nur eben möglich. Da verfliegt schnell auch die Restangst vor plastinierten Wesen. Und als dann sogar noch der große Plastinator persönlich auftauchte, hätte sich unser Team beinahe geschlossen plastinieren lassen. Aber bis dahin ist es ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. So, den hunderttausendsten Besucher haben wir nun also auch im Kasten, Frau Dr. Wolley. Das kann ja für die Zukunft noch was werden. Sie sind nicht im Gegensatz zu den früheren Ausstellungen begrenzt in Ihrer Zeit, sondern ich glaube, Sie sind auf jeden Fall mindestens sieben Jahre hier im Alexanderplatz, richtig? Ganz genau. Das ist die Mietzeit unseres gegenwärtigen Mietvertrages mit dem Vermieter. Aber wir haben natürlich auch die Option zu verlängern. Und es sind guter Dinge, dass das München Museum auch über die Jahre gut angenommen wird und wir über sieben Jahre hinaus bleiben können. Da drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen. Wann kann man immer kommen? Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr steht hier. Ganz genau. Aber es lohnt sich bestimmt, einen Blick auf unsere Webseite zu nehmen, für den Fall, dass sich auch mal was ändert. Wenn große Besucher Andränger sind, dann müssten wir natürlich auch reagieren und dann auch flexibel mit den Öffnungszeiten sein. Schönen Dank, Frau Dr. Wolley. Meine Damen und Herren, ich kann mich immer noch nicht ganz entscheiden, ist es jetzt für mich selber jedenfalls nicht, ist es jetzt Kunst, ist es jetzt Wissenschaft, ist es beides? Ich überlasse die Entscheidung da auch Ihnen. Eines ist es nämlich auf jeden Fall, einen Besuch wert, das Menschenmuseum am Alexanderplatz.